Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde. Ja, es ist wieder mal Zeit für einen Jahresrückblick und warum ich eine Maske aufhabe, das erkläre ich euch gleich. So, ja, ihr werdet euch wundern, warum hat der Entferno wirklich hier jetzt eine Maske auf? Ich nehme das Ding erstmal ab, weil da drunter ist es echt warm. So, und da bin ich auch schon. Ja, herzlich willkommen im Jahr 2016. War ja ein turbulentes Jahr 2015. Das gucken wir uns jetzt mal in der Rückblende an. So, es ging ja los. Ich glaube mit 37 Abonnenten, jetzt sind wir knapp bei 75 oder 76 nach dem aktuellen Stand. Und ja, einfach richtig cool. Ich wollte mich auch einmal in dem Video einfach herzlich bei euch bedanken. Das ist schon mal das eine. Zum anderen, was haben wir dieses Jahr alles gemacht? Oh man, wir haben was Dark Souls 2 durchgespielt. Ich habe meine Kindheit wieder gefunden und habe mit Yu-Gi-Oh! Sammeln wieder angefangen. Was ich auch recht cool finde. Bei euch kommt das ja auch sehr, sehr gut an mit den Openings und so weiter. Das aktuelle Opening lädt gerade in diesem Augenblick, äh, lädt das hoch. Ich werde es wahrscheinlich auch verlinken ins Video. Dann könnt ihr direkt draufklicken. So. Ja, was ist 2015 bei mir passiert? Oh man. Ähm, ich fange erstmal an, warum ich die Maske auf hatte. Und zwar, nein, ich bin keiner Hackergruppe beigetreten oder bin politisch aktiv geworden. Schlicht und ergreifend habe ich das getan, weil, ähm, ich hatte keine andere Maske da. Und deswegen musste ich jetzt die herhalten. Auf jeden Fall, ähm, sollte das symbolisch für die Fassaden der Menschen sein. Das heißt, jeder von uns hat eine Fassade, vor der er sich quasi, äh, die er nach außen zeigt und wo er sein Innerstes versteckt. Und ja, dann werden Leute halt auch sehr, sehr schnell verurteilt von uns. Da nehme ich mich nicht raus. Und ich finde, das sollte mal ein Thema sein und wir sollten auch für mehr Toleranz da sein. Das heißt, wenn jemand, äh, Pokémon-Karten sammelt, lasst ihn. Er sammelt halt Pokémon-Karten. Wenn jemand Briefmarken sammelt, lasst ihn. Er sammelt Briefmarken. Also, versteht ihr? Einfach so diese, ähm, etwas andere Diskriminierung einfach rauszulassen. Oder des anderen, ja, sein Video oder sein Zeug schlechtreden. Es muss doch nicht sein. Ähm, wir sind alle Menschen und, ja, jedem passieren Fehler. Ja, einfach da ein bisschen Toleranz sollte das zeigen, dass man eben auch Menschen, die eine Krankheit haben, nicht verurteilt deswegen. Und diese Menschen haben meistens eine Fassade, hinter die man wegen, ja, ich sag mal, Bulli, sagt man im Englischen dazu, ähm, ich sag einfach mal Störenfriede, ähm, sich nicht trauen, sich zu öffnen. Und das finde ich sehr schade, weil man so vielen netten und tollen Menschen entgeht. Das war jetzt erstmal so der Gedanke von der Maske. Genau, und so ist das Ganze zu verstehen. Ja, liebe Freunde, jetzt gibt's natürlich noch mehr Sachen. Ähm, was passiert 2016? 2016 habe ich mir vorgenommen, wirklich auch öfters nochmal, ähm, jetzt muss ich mal die Kappe richten hier, äh, öfters mal, ähm, Openings zu machen. Da habe ich mir ganz, ganz viel vorgenommen. Ähm, ja, Dark Souls 2 läuft jetzt noch weiter. Es war im Moment eine Pause, ich habe echt turbulente Zeiten hinter mir. Und, ja, wir müssen jetzt einfach gucken nach vorne, ähm, und wir schaffen das. Es werden auch wieder häufiger Videos kommen von Spielen. Ähm, was habe ich mir da so ausgedacht? Ich denke mal Dark Souls 3, wird klar sein. Dass da was kommt, sobald es released ist. Da wird auch ein Opening von der Collectors Edition kommen. Ich mir bestellt habe. Und, ja, ansonsten würde ich sagen, lassen wir das Jahr einfach auf uns zukommen. Es kommen viele coole Spiele. Ähm, da gibt's viel Diskussionsbedarf. Es kommen wieder viele Serien in Yu-Gi-Oh! raus. Und da werden wir einfach mal gucken, was uns dort erwartet. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und ganz, 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 ganz viel Glück und Gesundheit. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Ciao!